So, Streitkolben, Kurzschwertöl, abgehen. Und hier, ich bin jetzt bei Karl und bei Exxon und bei Felix, der... Achso, und der Fanny ist jetzt auch dabei. Ja, das ist der Skiller. Ach, dann nimmst du auf oder was? Ja, ja. Loll. Oh, scheiße, Burgenschützen. Ja. Mache ich kaputt. Der Bremser. Oh Mann. Der Bremser, Alter. Ich renne mit rein in Pulling. Nein, Fanny nicht, Fanny. Nein, ich flieh weg. Ah, ich bin down. Da waren so viele. Die andere Map war besser, die war schön eng, da kommt man schön Killsteal. Alter, wie viele Gegner da sind. What? Von hinten. Fanny ist da. Felix ist da. Ja, ich bin gerade runtergesprungen und selbstwort gemacht. Ach, das ist die Scheiß-Map, ja. Das Burg hier. Die ist recht nervig. Am besten könnte ich die, wo ich und Ryan dort auf der Map waren, wo wir vorhin gerade gespielt haben. Ich bin mit dem vielen Gras und den... Hinterlöser, ich meine. Der hat mir gerade mit seinem Stachel den Kopf abgeschnitten. Ich möchte auf- und zurück-Templars gehen wie die... Alter, wie viele Leichen da ohne Kopf und Arme liegen, ne? Lol, ich bin durch Team-Mate gestorben... Oh ne, durch den Typen gestorben. Durch was? Durch ne Explosion, hä? Ich muss nur mal nen Kill machen. Ich hab noch nicht mal nen Assist die Runde. Granate! Gib mir One-Click, Junge. Granate! Ja, Mann! Lol! Mein Feuer war zwar unten, aber es trifft oben. Nice. Oh scheiße, scheiße, geht doch Arme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Level 4. Ja, bin ich auch von geworden. Ich häng fast. Dommer Knecht, ey. Ich steh an dieses OP-Geschütze und bekämpfe mich schon. Wisset ihr, dass man mit Alt einen alternativen Angriff machen kann, wenn ihr Alt drückt und dann angreift? Ja, echt? Warte. Ja, dann schlägt ihr mit links. Heißt, wenn rechts blockiert ist, einfach mit Alt angreifen. Ja, meiner schlägt dann einfach andersrum. Was für einen alternativen Angriff? Meiner schlägt dann von links nach rechts, anscheinend von rechts nach links. Ja genau, ich schlägt dann immer von links an. Du kannst auch die Maustaste scrollen. Nach unten ist zum Beispiel ein Schlag von oben und nach oben pickt er nach vorne. Ja, ich weiß, das ist dann meistens One. One Hilt, ja. Also zumindest mit den großen Sachen. Ey, so schnell kann man gar nicht blocken wie der, Alter. Ich hab nen Kill gemacht und wurde auch gleich gekillt, Alter. LOL. Der kriegt so ne starker, so ne starker Angriff in die Fresse und lebt weiter. Ja, der macht, der macht jetzt nicht Wur. Warte, ich mach ne Long Range Granate. Warte, ich hau auch eine rein. LOL, die hat sogar getroffen. Ich hoffe, er ist erst dran gestorben, aber der andere hat ihn gekillt. Pass auf, die Bogenfütze auf. Alter. Ja. Er hat in mich reingesteckt. Er greift, er greift schneller an, als ich hab ne Axt in den Kopf gekriegt. Ich hab ne Axt in den Rest. Karl, ich hab ihn in den Kopf geschlagen und er hat noch volles Leben. Also fast volles Leben. Ich bin danach mal Sniper. Und geht nicht. LOL. Ok. So. Granate? Nur wenn du Spornen nehmst die Granate gleich raus. GRANATE! LOL, die können... Guck mal was die hier laden, die laden die Kanonen. Ja. ALTER! Ja, ja, ist nicht klarer. Ja, die können doch nichts unsere. Ja, ein Kill gemacht. ALTER! Fick dich! Gibt's doch nicht. Zwei Kills, sechs Tote, zwei Sists. LOL. Fanny, du musst die alle töten. Ich bin, ich bin Erster von uns. Ja. Du stirbst halt nicht so oft. ALTER! Das ist ein Camper-Burgenschütz. ALTER! Wir wurden besiegt. Macht sie fertig. Macht sie fertig trotzdem. Wissen mehr, wissen mehr. Äh. Äh.